Guten Abend allerseits. Ich habe eigentlich erst vor einem Monat angefangen, überhaupt solche Veranstaltungen mal wahrzunehmen, obwohl es uns schon eine ganze Weile hier in München gibt. Und ich habe vor fünf Jahren ein Startup gegründet. Ich weiß nicht, ob man es noch Startup nennen kann. Wir haben mittlerweile einen Pressesprecher. Das ist der, der mich ja auch hingeschickt hat. Und er hat mich nicht nur hierhin geschickt, der hat mich heute Morgen schon auf eine andere Veranstaltung geschickt. Und die begann um 8 Uhr und nannte sich Deutscher Innovationsgipfel. Und das ist auch der Hintergrund, das muss ich kurz einleiten, warum ich jetzt auch hier stehe. Und das fing so an, dass um 8 Uhr morgens eigentlich die Startups dran waren. Also erst wurde gepitcht, dann gab es eine Podiumsdiskussion und danach erst die anderen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, alleine die Startups um 8 Uhr anlaufen zu lassen, ist eigentlich so weltfremd. Und so zog sich das eigentlich heute den ganzen Tag weiter. Und deswegen möchte ich eigentlich die Präsentation, die mir jetzt vorbereitet wurde, nur so zu Ausschnitten nutzen. Denn ich musste heute den ganzen Tag auf Bayrisch von Leuten, die DAX-Konzerne führen oder aus der Politik kommen, mir was über Innovationen erzählen lassen. Zum Beispiel der hier. Das ist unser, das ist kein Spaß, das ist unser Staatssekretär. Der hat die Eröffnungsrede gehalten. Auf Bayrisch. Noch drei Bier, ich kriege das dann auch noch hin. Und deswegen war mein Thema eigentlich Digitalisierung für kleine Betriebe. Das ist das, was wir tun. Aber eigentlich dachte ich, vielleicht ist es ein bisschen spannender. Ich erzähle, was wir tun, warum ich zum Kunden gekommen bin. Und in dem Zusammenhang vielleicht mal die Frage, ich weiß gar nicht, wie sich das Publikum zusammensetzt. Ich sehe nur, dass ihr alle viel sympathischer seid als die Leute, die ich gerade gesehen habe. Wer hat denn von euch Lust zu gründen oder hat schon was gegründet? Damit ich das ein bisschen... Ja, finde ich schon ziemlich gut. Würde ich sagen, so etwa die, die auch die Newbies vorhin sind vom Verhältnis. Und deswegen glaube ich, ist es fast interessanter. Ich erzähle so ein bisschen, woher ich komme, wie ich zu Schor gekommen bin und was wir tun. Also ich komme aus Tegernsee. Das ist nicht weit von München entfernt. Bin, glaube ich, so der Einzige, der dort nicht Bayrisch spricht und vor allem der Einzige, der nicht in ein reiches Elternhaus geboren wurde. Das heißt, ich war früh irgendwie so mit elf, zwölf Jahren eigentlich der Situation ausgesetzt, dass ich mir dachte, okay, das Taschengeld, das reicht nicht. Und ja, also das war irgendwie so 97, glaube ich. Da ging die Telekom an die Börse und ich hatte verstanden, okay, also vielleicht lässt du mal dein Geld ein bisschen für dich arbeiten. Also habe ich auf Telekom-Aktien gesetzt. Es lief damals relativ gut. Also diese Telekom-Aktien wurden aus 2000 Mark, wurden vielleicht 8000 Mark. Und ich habe mir gedacht, okay, Bingo, das war's. Also ist ja wahnsinnig viel Geld. Machst du mehr draus. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann 98 eine Börsenseite gegründet, Börseninvestor.de wirklich so über Nacht zusammengeklatscht und habe es dann irgendwie verstanden, ein paar Abonnenten dafür zu bekommen. Und ja, das ging wirklich gut. Irgendwann hatte ich 35.000 Abonnenten. Die Story, hey, da ist ein Zwölfjähriger aus Tegernsee, der tradet mit Aktien, der war wirklich dankbar. Ich wusste nicht viel über Aktien. Ich habe nur verstanden. Ich habe über Optionsscheine geredet, aber eigentlich wusste ich gar nichts. Ich wusste nur, man kann Geld damit verdienen. Und hatte dann irgendwann 35.000 Abonnenten. Habe das dann 2000, als diese große Dotcom-Bubble eigentlich zerbrochen ist, habe ich das irgendwie noch geschafft zu verkaufen. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Und ich bin dann eigentlich über Zufall auf einen Wirtschaftswochenartikel, das war ja damals meine tägliche Lektüre, gestolpert. Und jetzt kurze Frage. Niklas, könntest du den Computer mal mit der Präsentation dann machen, die du hast? Weil dann kann ich zumindest die Slides im Hintergrund verwenden. Ah, es läuft schon? Okay, sehr gut. Was muss ich einfach nur draufdrücken? Was für ein Passwort? Wollt ihr es sagen? Genau, also die Zeit läuft ja weiter. Also wie auch immer. Ich hatte in dieser Wirtschaftswochenartikel, das war so, das war 2000, 2001, und da stand, okay, der ganz große Zukunftsmarkt ist erotik im Internet. Das erzähle ich euch heute, jetzt. Das habe ich vorhin nicht erzählt. Also klein Alex mit dem bisschen Geld dachte, okay, erotik im Internet hört sich irgendwie gut an. Und so habe ich dann tatsächlich mein ganzes Geld genommen und dort investiert. Es lief auch gut. Dumme war nur, ich konnte es meinen Eltern nicht erzählen. Irgendwie konservativ. Meine Mutter Musikerin, mein Vater Arzt, ganz viele Schwestern, also auch feministisch geprägt. Also Erotik war dann nicht besonders angesagt. Genau, so das ging. Tegernsee war super, hat Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es langweilig. Dann wurde ich 15 und wollte eigentlich raus aus Tegernsee nach München. Brauchte dafür irgendwie einen Grund und dachte, jetzt machst du mal was ganz anderes. Digitalisierung ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. So wirkte es in dem Moment. Und habe hier in München in der Fußgängerzone ein Ladengeschäft für Vitamine gegründet. Startet das von alleine? Vielleicht bin ich auch zu nervös über das Kabel schon ein paar Mal getreten. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich. Ja, sonst mache ich es ohne Präsentation. Also okay. Ich habe diesen Laden aufgemacht und das war so mein erster wirklicher Reinfall im Leben. Also ich hatte diesen Laden in der Fußgängerzone, fünf Jahre Mietvertrag, dachte, okay, alle warten eigentlich nur darauf, dass ich das gründe. Habe für wahnsinnig viel Geld so eine eigene Produktlinie gemacht und bin eigentlich nach einem Jahr mit Pauken und Trompeten und meinem ganzen Geld, was ich verloren hatte, damit gescheitert. Also musste ich wieder von vorne anfangen. Schule irgendwie hatte ich dann abgebrochen, weil ich musste mich ja ums Geschäft kümmern. Das war das zweite Ziel, neben dem Punkt nach München zu kommen. Und habe eigentlich über Zufälle, das sieht man so ein bisschen, im Leben gibt es verschiedene Chancen und ich habe die durch Zufälle eigentlich immer ergriffen. Ich überspringe das hier mal. Ja, das, genau, bleiben wir erst mal dabei. Bin ich eigentlich dann darauf gekommen, ins E-Commerce zurückzugehen. Also ich habe einen Nachfolger meines Ladens gefunden, das war eine Friseurkette, die hatten ganz tolle Produkte, die man sonst nur beim Friseur bekommt und damals gab es das eigentlich online noch nicht. Also Kerastars, Paul Mitchell, also die Frauen werden es vielleicht kennen. Und nebenher habe ich dann Push.de, das war der Onlineshop für Vitamine gegründet. Der hat eigentlich nach einem Monat schon mehr Umsatz gemacht als das Ladengeschäft mit der teuren Miete und Kinowerbung und was ich alles probiert habe. Übrigens in Mathese habe ich Werbung geschaltet, das sieht genau aus wie euer Logo, ist mir gerade aufgefallen. Wie auch immer. So, also bin zurück und habe dann tatsächlich irgendwie meine Schule nachgeholt hier im Abendgymnasium und war aber immer irgendwie am Gründen. Und der erste Fehler, den ich damals gemacht habe, ich hatte ganz viele Internetprojekte gleichzeitig. Also ich bin tatsächlich auf jede Opportunity draufgesprungen und dachte, machst du was draus? Und am Ende hatte ich irgendwie zehn verschiedene Projekte. Erotik gab es dann nicht mehr. Das war mir dann mit 16 klar, dass das nicht ganz seriös ist. Und irgendwann 2012 dachte ich, okay, jetzt machst du mal was, wo du mal vielleicht auch eine Vision entwickelst. Und so bin ich eigentlich auf Termine 24 gekommen. Auch wieder eigentlich eine Utopie am Anfang. Also die Idee war es, einen Marktplatz für Termine aller Art zu machen. Also wirklich vom Arzttermin bis zum Reifenwechsel sollte alles online buchbar sein, wie man das von Flügen und Hotels beispielsweise schon kannte. Und habe das in München ausgerollt, am Anfang mit eigenem Geld und dann eigentlich festgestellt, funktioniert nicht. Also dieses typische Henne-Ei-Problem. Der Kunde hat zwar Bedarf, aber am Ende kauft er es nur, wenn er einen Gutschein bekommt, wie bei Coupon. Coupon gab es damals auch in der Zeit und Daily Deal. Und der Dienstleister hätte gerne seine Restplätze vermarktet. Und am Ende verdient immer nur Google, weil ich bezahle viel Geld für die Online-Werbung. Und nach einem Jahr tatsächlich das erste Mal vor der Situation gewesen, was machst du jetzt damit? Ich hatte nämlich so 30 Mitarbeiter, die erste Million verbrannt. Und habe dann meinen Co-Founder gefunden, ganz toller Typ von Zalando, kann alles, was ich nicht kann, kann aber auch vieles nicht, was ich kann. Also insofern tatsächlich mein guter Match. Anders als früher, wo ich immer mit meinen Kumpels, wenn ich überhaupt was gemacht habe. und so ist Shore entstanden. Shore ist nach fünf Jahren jetzt, ist unser Anspruch, dass wir das SAP für die junge Generation und vor allem für die KMUs, also kleineren und mittleren Unternehmen werden. Und eigentlich durch Zufall, durch diese Terminierungstechnologie, haben wir es geschafft, plötzlich ganz viele spannende Softwareprodukte hinzuzuaddieren. Also wirklich von der Kundenverwaltung bis zur Mitarbeiterverwaltung. Wir haben von Mantro übrigens vor einem Monat eine Firma gekauft, die heißt Absence.io. Ganz tolle Firma, habt ihr gut gemacht. Also insofern Company-Bilder, wenn ihr was können wollt, geht alle zum Mantro. Ich glaube, das funktioniert richtig gut. Also grandiose Firma, die wir jetzt dazu genommen haben, bis hin zum Kassensystem, was über eine iPad-Lösung funktioniert, der Marketing-Automatisierung. Es gibt ganz viele verschiedene Module und die sind alle so entwickelt worden, dass es Susi, die Friseurin, das war unser prototypischer Kunde am Anfang, wirklich auch versteht. Das heißt, das ist so einfach in der Bedienung wie ein Facebook, von der Technologie, aber so tief wie Mailchimp und was es alles an Technologie irgendwo so gibt. Also kann man es als Pooling of Tools irgendwie bezeichnen. Und ja, ich wollte über Digitalisierung sprechen, aber ich glaube, jedem ist klar, warum Friseur irgendwann auch digitalisiert sein sollte. Das führt nicht mit einer Webseite auf. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Der Kunde bekommt eine Buchungsbestätigung, der Kunde bekommt per SMS eine Terminerinnerung. Danach ist er beim Termin selber, zahlt mit unserem System. Ich bekomme ganz viele Daten über meinen Kunden. Danach bekomme ich irgendwie, hey Alex, vor sechs Wochen warst du bei Susi zum Haareschneiden. Es wird Zeit. Buch dich direkt ein. Also ganz viele Sachen, die eigentlich den Großkonzernen vorenthalten bleiben, die machen wir tatsächlich für den kleinsten Dienstleister verfügbar. Jetzt ist das dumme, Susi versteht es nicht. Also Susi geht vor allem nicht ins Internet und gibt ein CRM für Friseure, sondern, Ja, es ist tatsächlich so. Also wieder mal ein bisschen overingeniert vielleicht am Anfang. Also was mussten wir machen? Wir mussten wirklich eine Drückerkolonne, wie man sie kennt, ganz analog eigentlich aufbauen. Haben Susi angerufen, haben einen Mitarbeiter hingeschickt und da hat sich erst mal angehört, Susi, was hast du für Probleme? Susi sagt, ich habe keine Kunden. Dann sagen wir, okay, klösen wir dir. Susi kündigt nach drei Monaten, weil wir liefern keine neuen Kunden. So war es am Anfang. Also wir hatten eine riesen Churnrate, Kündigungsrate. Das ist ein Abo-Modell. Und wo wir jetzt gerade dran sind, das eigentlich diese Transformation von am Anfang einer Marketing-Sales-Company in eine reine Technologie-Company. Das heißt, wir wollen Susi nicht mehr selber ansprechen, sondern wir wollen die Verlage und die Agenturen, die Werbeagenturen oder eins und eins oder jetzt haben wir das erste Mal ein Riesendil mit der Swisscom in der Schweiz gemacht. Die haben also das gesamte Neukundengeschäft von uns übernommen. Und meine Überzeugung ist, Susi wird es kapieren in den nächsten fünf Jahren. Aber was eben noch passiert ist, das Produkt ist so einfach, so intuitiv, dass plötzlich nicht nur Susi interessiert war, sondern wir mittlerweile so Kunden haben wie Hornbach, also Baumarkt-Kette, die machen plötzlich ihr Anhängerverleih oder eine Betriebskrankenkasse, die machen ihre Betratungstermine mit uns oder jetzt haben wir irgendwie so Prototypen, kennt ihr vielleicht von Flughäfen, diese iPad-Lösung, wo man Feedback abgibt. Und am Ende versuchen wir, das alles wahnsinnig einfach zu deliveren und tolle Produkte dazu zu kaufen. Handelsplatz schreibt, wir sind Unicorn. Vor einer Woche hätte ich es auch gesagt, diese Woche gibt es wieder Rückschläge. Das ändert sich immer so im Start-up-Leben. Man muss da Resistenz sein. Was haben wir geschafft? Wir haben es tatsächlich geschafft, wahnsinnig viele Investoren zu gewinnen, verhältnismäßig viel Geld. Also wir haben über 30 Millionen eingesammelt und sind mittlerweile über 200 Mitarbeiter. Also das ist wirklich fast schon wie so ein Riesendampfer. Das ist nicht alles gut. Also eigentlich stellt man sich so ein schlankes Softwareunternehmen so vor, da sitzen 50 Backend-Entwickler und vielleicht ein Marketing-Guy und dann kommen die Inbounds. Aber bei uns ist es so, dass wirklich zwei Drittel am Anfang Vertrieb waren und wir jetzt gerade diesen Shift machen. Und ja, ich kann vielleicht, weil jetzt auch noch Zeit ist, ein bisschen auch über die Fehler und wie es dazu kommt, sprechen. Also Start-up ist kein Ponyhof. Habe ich noch die Zeit, weil ihr habt mir ja ein paar Minuten geschenkt? 6 Minuten. Ja, machen wir das. Gut. Also Investoren, B2B-Deutschland. Also wenn wir gewusst hätten, was wir daraus machen, hätten wir es, glaube ich, anders begonnen. Wir haben am Anfang Leute reingenommen, von denen haben wir 50.000 Euro genommen und haben denen eine völlig andere Idee gepatcht. Mittlerweile sind wir, ich glaube, 28 Investoren oder so. Also eine riesige Menge an Investoren, die alle mit einer anderen Vorstellung reingegangen sind. Und ehrlicherweise auch, ich habe auch hier wieder jede Opportunity genommen. Das heißt, jeder, der kam oder den ich angesprochen habe, der mir Geld gegeben hat, habe ich gesagt, super, ich nehme dein Geld und ich mache das Beste daraus. Aber irgendwann hat man tatsächlich einen sehr heterogenen Investorenkreis, wo jeder eine andere Vision hat. Und insofern kann ich nur jedem, der wirklich gründet, mitgeben, überlegt euch genau, wen ihr am Anfang mit reinnehmt, überlegt euch genau, wie viel Geld ihr auch braucht, weil am Ende ist das Wachstum auch wahnsinnig teuer erkauft. Also wir waren am Anfang so stark unter Druck, wir müssen unsere Ziele erreichen, dass wir eigentlich fast in so einem Teufelskreis waren. Und dann ist es ganz schwierig, irgendwann diese Transformation wieder zu schaffen. Also insofern tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist, ich bekomme viele mit, die irgendwie konstruierte Ideen entwickeln oder vielleicht aus der eigenen Perspektive. Aber am Ende ist unser Produkt, und das zeigt die Historie, so anders als das, womit wir gestartet sind, dass man einfach sehr nah am Kunden, sehr nah an den eigentlichen Bedürfnissen etwas bauen muss. Und vor allem, man muss echte Probleme lösen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine App, wie weiß ich, einem Bäcker möchte ich eine Brezen vorbestellen, weil das ist ja so cool. Ja, ist nett, aber am Ende will ich zum Bäcker gehen, um vielleicht mit dem ein persönliches Gespräch zu führen oder so. Aber das ist eine Art der Digitalisierung, die finde ich selber nicht so schön. Dann Digitalisierung, habe ich so ein bisschen als Schimpfwort begriffen. Aber so Digitalisierung beim Friseur, was heißt das? Weniger Kundenkontakt? Nee, heißt das eigentlich nicht. Das ist genau das Gegenteil. Ich weiß viel mehr über den Kunden. Ich habe plötzlich Wettbewerbsvorteile und ich kann eigentlich viel persönlicher auf den Kunden eingehen. Bis hin zu, der Kunde ruft an und ich kenne das Nummer, sehe das Foto, weiß, wie viel Trinkgeld er gibt, weiß, welche Art von Kunden er ist, welche Art von Kunde mich hier gerade anruft und kann den ganz anders betreuen. Dann Markteintritt über Outbound steht hier mit drin. Ja, das ist irgendwo so ein Gesetz, wenn du ein Produkt hast, was am Anfang niemand will, dann musst du vielleicht diesen Kickstart machen. Aber ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, am Anfang dieses Produkt sehr niedrigpreisig zu testen, schnell in den Markt zu gehen, kleine Wetten zu platzieren mit MVPs und dann eigentlich dieses Produkt sukzessive weiterzuentwickeln. Wir haben das mit viel Geld gemacht. Am Ende ist es gut gegangen, aber meistens geht es nicht gut. Gute Mitarbeiter, ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Ich mache das ja erst seit einem Monat und ich habe natürlich einen Business Case dahinter. Also wir suchen immer gute Mitarbeiter, deswegen bin ich heute hier. Wenn das nicht klappt, dann hatte ich mir überlegt, vielleicht bewerbe ich mich für so eine Honorarprofessur bei euch. Mal schauen, was heute noch rauskommt. Genau, also im Endeffekt, man hat eine sehr limitierte Zeit und man sollte sich genau überlegen, was man damit macht. Und ja, also insofern, ich kenne viele Kollegen, die schwirren die ganze Zeit nur auf Konferenzen rum. Wir haben einfach mal fünf Jahre komplett unsere Klappe gehalten. Uns kennen auch die wenigsten, obwohl wir über 200 Leute jetzt sind in München. Und ja, alles zu seiner Zeit. Und jetzt tatsächlich ist es an der Phase, auch mehr zu machen. Auslandsmärkte, auch ein spannendes Thema. Wir sind natürlich in München und Deutschland gestartet. Das lief dann ganz klasse. Dann haben wir uns überlegt, okay, was ist ähnlich? Wo verdient man aber mehr? Dann sind wir ziemlich schon auf Zürich gekommen. Das hat durch Zufall geklappt und dann waren wir so motiviert, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir internationalisieren und skalieren. Also sind wir nach Norwegen und nach Schweden und also haben diese Skandinavik sozusagen mitgenommen und sind da aber mit Pauken und Trompeten gescheitert, weil am Ende diese Annahmen immer andere sind. Also man kann diese Märkte nicht projizieren aufeinander. Und was ganz interessant ist, dass zum Beispiel ein Markt wie Spanien bei uns richtig gut läuft, obwohl alles anders ist als in Zürich. Aber es ist einfach ein anderer Case. Man hat tolle Leute, Akademiker, die plötzlich Sales für einen machen wollen. In Deutschland haben die meisten keinen akademischen Abschluss, die Sales für einen machen. Zumindest nicht, wenn sie an Friseure verkaufen. Und in Madrid beispielsweise sehr wohl. Und deswegen ist Spanien für uns ein ganz toller Markt, weil die Dienstleister haben ein echtes Problem. Die müssen mehr Geld verdienen, die müssen effizienter arbeiten. Die Mitarbeiter sind noch bezahlbar und deswegen haben wir darüber gut skaliert. Mittlerweile sind wir in den USA. Das hat uns auch viel Geld gekostet, weil auch hier wieder alles anders war als in Europa. Also da irgendwie rauszugehen zum Kunden. Der Kunde wird eigentlich jeden Tag angerufen von zehn Vertriebsleuten. Keine Chance, da durchzukommen. Und deswegen haben wir in den USA dann sehr schnell unser Vertriebsmodell umgestellt. Was machen wir? Wir machen eigentlich so etwas wie hier, nur, dass wir Friseure einladen. Also wir sind da jetzt in Los Angeles und dann erzählen wir denen, was Digitalisierung für sie bedeutet, welche Chancen das sind, versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen und erst dann versuchen wir, ihnen etwas zu verkaufen. Also wir fallen nicht mehr mit der Tür ins Haus, sondern versuchen, das auf eine etwas softere, angenehme Art und Weise zu tun. Ja, ja, was würde ich sagen? Ich würde es immer wieder tun. Ja, wahrscheinlich schon, aber muss auch der richtige Charakter sein zum Gründen. Also es gibt unheimlich viele Hoch und Stiefs. Also ich glaube, alleine im ersten Jahr waren wir fünfmal kurz vor der Insolvenzverschleppung. Das ist bald verjährt, deswegen kann ich es jetzt sagen. Product first. Also am Ende auch hier, am Ende kommt es einfach extrem aufs Produkt drauf an. Du kannst alles verkaufen am Ende, aber am Ende zeigt sich auch, wie der Kunde das nutzt. Also wir messen diese Attraction Rate und auch hier haben wir den Fehler gemacht, am Anfang wahrscheinlich nicht zu, also ausreichend nach Zahlen zu steuern, aber am Ende sind Zahlen eben alles. Das musste ich auch lernen, weil ich so ein Typ war, der eben nach Gefühl immer Wetten platziert hat und dann aber, wenn du einen kleinen Laden mit zehn Leuten hast, natürlich agil genug bist, das wieder zu ändern. Das heißt, ich lerne gerade, wie es ist, von irgendwie einer kleinen Firma in eine große Firma zu transferieren, transformieren und plötzlich sowas wie Corporate Governance zu haben. Jetzt habe ich plötzlich ein Fahrtenbuch. Also ich hatte noch nie in meinem Leben ein Fahrtenbuch. Ich habe dem Finanzamt einfach gesagt, das sind alles nur geschäftliche Fahrten. Jetzt muss ich sowas plötzlich machen. Also insofern, das muss man schon lernen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich für alle Phasen der Richtige bin. Also mittlerweile, ja, sucht man einen eigenen Nachfolger tendenziell. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Man muss irgendwann für sich dann erkennen, es gibt bessere Leute für die entsprechenden Phasen, für die entsprechende Execution. Und ja, dass Investoren, dass Deutschland mutiger werden muss, ist, glaube ich, klar. Also das betrifft gerade die Key Accounts als Startup. Startup ist immer noch so ein bisschen Schimpfwort, weil die meisten denken, die Wahrscheinlichkeit, das ist euch in zwei Jahren noch, gibt es eher gering. Also das heißt, gerade hier in Kooperation mit den DAX-Konzernen wirklich voranzukommen, also da wünscht man sich mehr Offenheit. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Phase für Gründungen war nie besser als heute. Ein bisschen zu Fördermitteln. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.